Präsentiert von indesignpodcast.de, Ihr ProfiCast für Layout und Design. Bevor wir anfangen, eigene E-Books zu erstellen, ist es wichtig, das Konzept hinter den verschiedenen Formaten zu verstehen. Denn nicht jede Publikation ist auch für jedes Format geeignet. Ein E-Book oder zu Deutsch ein digitales Buch ist erstmal eine Datei, die sich auf Ihrem Computer befinden könnte. Eines der bekanntesten E-Book-Formate ist sicherlich das PDF-Format. Wenn ich heute online ein gedrucktes Buch kaufe, bekomme ich auch oft schon ein PDF zum Download angeboten. Beim PDF-Format handelt es sich um ein sogenanntes seitenorientiertes Format mit fester Seitengeometrie. Und das bedeutet, wenn ich jetzt mal das PDF hier kleiner mache, dass sich eben dieser komplette Inhalt proportional mit skaliert und dass sich die einzelnen Elemente zueinander nicht verändern. Wenn ich jetzt so eine Datei auf dem iPad oder schlimmer noch auf dem iPhone lesen will, habe ich halt irgendwann ein Problem, weil meine Texte mittlerweile so klein geworden sind, dass ich hier reinzoomen muss und mich dann hier umständlich durchscrollen muss, damit ich überhaupt irgendetwas erkennen kann. Es gibt eine Alternative zum PDF-Format, die versucht die bestmögliche Darstellung von Text auf unterschiedlichen Geräten zu gewährleisten und das ist das sogenannte EPUB-Format. EPUB steht in dem Fall für Electronic Publication und ist ein offener Standard. Ich habe jetzt mal ein EPUB geöffnet in Adobe Digital Editions, das ist der Standardreader von Adobe. Und wenn ich jetzt hier die Seite mal breiter oder schmäler mache oder auch mal die Schriftgröße verändere, dann sieht man am Rand, dass ich jetzt jedes Mal einen neuen Zeilenfall bekomme und sich das Gerät oder der Text immer zueinander anpassen. Schauen wir uns die gleiche Datei mal auf einem anderen Reader an, in dem Fall dem Kindle Previewer, das ist ein Simulator für Devices von Amazon, hier direkt das Amazon Kindle und was hier auffällt ist, ich bekomme hier auch noch eine andere Schrift im Vergleich zu dem Digital Editions Reader angezeigt. Ein User kann natürlich auch ein Device drehen, das heißt ich bin natürlich nicht auf Hochformat nur beschränkt. Und das bedeutet, damit der Text hier fließen kann, damit ich eine Schriftgröße verändern kann und alles nachfließen kann, muss der komplette Text in einem Textfluss liegen. Für den Gestalter bedeutet das an dieser Stelle, dass er keine Kontrolle hat, ob ein User sich sein Buch auf einem Hoch- oder Querformat anschaut, ob er sich das Teil auf einem iPhone oder auf einem iPad oder auf einem Rechner ansieht. Und er hat auch keinerlei Kontrolle, welche Schriften auf dem jeweiligen Reader zur Verfügung stehen. Und das bedeutet, wir müssen relativ spartanisch mit dem Design umgehen, damit eben unsere Texte auf möglichst vielen Readern gut zu lesen sind.